Als Vertreter der Stadt Stockach ist es mir eine große Freude, Ihnen zu diesem Jubiläum 75 Jahre ETHO, 75 Jahre Erfolg und gute Arbeit, herzlich zu gratulieren. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, anlässlich des Familientags zum 75-Jährigen bestehen unseres Unternehmens, darf ich Sie auch im Namen meines Mitgeschäftsführers Björn Schneekloth ganz herzlich hier am Hauptsitz der ETHO-Gruppe begrüßen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir haben also jetzt hier quasi ein riesiges Rohr. Das ist quasi gleich die Abschussrampe. Und zwar werden wir gleich die Leica in dieses Rohr hineinbegeben. Also der Herr wird die Kanone nennen wir das mit Winz. Bis zum nächsten Mal. 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 Come on, ich könnte damit klatschen. Wir von den Physikanten haben festgestellt, wir haben Menschen. Wir können den Strom doch einfach durch Menschen leiten. Kennt ihr euch schon? Nein. Wollt ihr euch kennenlernen? Ich könnte jetzt was... Ne, gut. Also ich frage das immer. Es gibt auch Chancen im Leben, die ich da aber nicht verpassen darf. Also fasst euch mal an. Die Musik läuft! Mein Damen und Herren, riesen Applaus, danke! Er kann Dinge, die man verblüffend findet. Schaut Sie mal, er kann reiten. Ja, auf eine B-Sticht. Ich gucke mal, ob ich noch etwas anderes finden kann. Kann man in die Werkstatt? Also er sieht jetzt leicht anders aus. Und du kommst ein riesen Applaus! Ich gucke super!